Und wenn es ein Brot gibt und du sagst, dann schießt damit mal jemanden. Ja, genau so. So. Boah, ich muss dann sagen, den Schubträger. Moment. Alter. Irgendwas im Hals. Keine Ahnung. Was denn? Das müsste ich selber gerne machen. Schon wieder ein Schwanz von dem denn? Das ist Rahn von Chris oder Tanja. Nee, Tanja saß vor allem mit ihrer Muschi auf meinem Mund. Das ist Chris mit seinem Schwanz in meinem Mund. Alter. Ich merke schon, du fängst an, Tanja mehr zu mögen als Muschi. Das nicht, aber... Ja. Wollt ihr Muschi, dass du die überhaupt leiten kannst? Ich habe ja nicht gesagt, dass ich sie super doll leiten kann. Ja, aber immerhin noch etwas. Ja, das war jetzt super erfolgreich. Ja, klar, ich werde wieder vom Thema abnehmen. Ja, ich muss doch das Video kommentieren, ich meine, die Beziehung zu Tanja. Äh, doch. Ist halt was. Nein. So, wir kommen jetzt mit X-Drehen sofort. Tja. Ja, X-Drehen. Ja, wenn du mir jetzt da noch mit der Sache kommst, was du anst, mich an Tenja zu verlieren, also dann, äh... Gatschig, ich nehme es aber auch mal ein paar. Schlag noch Frauen. Ja, gut. Kleine 15-jährige Kinder, okay. Also Tiere. Ich stehe mir ja. Nein, es tut mir leid. Das auch. Und von ganzen Herzen. Ja. Für den Rest meines Lebens. Natürlich. Boah, ist er. Oh, äh, drei Runden. Die Runde ist so lang. Ach. Wir sind wieder da! Ah! Ich bin weg hier! Mein Gott. Ich muss nachher unbedingt anfangen, Parts benennen, weil ich die nächste Nacht hochladen muss. Mach's haunted für nächste Woche und auch weiße Nebel. Ich muss nachher schauen, was kann ich da auch beitragen haben. Ich muss nachher schauen, was kann ich da auch beitragen haben. Ich muss nachher schauen, was kann ich da auch beitragen haben. Die Gegner sind jetzt über ein Kilometer hinter mir. Der andere ist sogar fast zwei Kilometer. Was machen die denn? Die fahren noch bei Burger King vorbei und lassen sich den King des Monats schmecken. Ja! 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 Achso, es war schon in der Zone. Okay, aber erst mal sperren das hier unten dran, so. Dann kommt das nächste Update von The Forest. Du musst es auch im Hauptmenü gestillen. Wahnsinn! Wenn ich gerade im Hauptmenü sehe! Ja, dann musst du halt noch mal ins Hauptmenü. Oder drück S-Kappe. Könnte da eventuell auch spielen. Nee, steht mir nicht da. Ja, auf jeden Fall steht es aber im Hauptmenü. Sollte gar nicht mehr so lange sein. So Leute, da haben wir doch mal sehr gute Erfahrungen gemacht in der Tawelle, deswegen... Oh Gott, ey. Immer noch Erster. Boah, die anderen beiden haben es noch schlechter bekommen als wir. So, wer ist denn dahinter? Ja. Spacken. Ja. So, dass wir den Bug hier ausnutzen und wir noch einen Haufen Lockholder bauen. Ja klar, weil er es schon hat. Ist ja im Prinzip kein Schicken. Ist ja nur ein Bug. Mit einem Stock setzt du Stücke. Machen aber geil. Was ich mir mal merken muss. Ich habe auch eine Aufnahme, dass du mit dem Arm ausprobierst, was du gesagt hast. Das Zeug einkloppt, dass da ein Stein rauskommt. Ganz ehrlich, man weiß nicht, wie blöd ich gucke. Ich schaue mit dem Arm auf den Boden und dann kommt da plötzlich ein Stein raus. Ja, hab da auch nicht schlecht geguckt. Ah, okay. Ja, ist doch klar. Ist doch wie im Reelife da. Guck ich auch mal mit dem Arm auf den Boden und halt Stein. Alter, Junge. Gislaufdienst. Mit dem scheiß Audi, ey. Ach, vier Runden gleich. Boah. Wir sind immer noch in Runde 1 und fahren mittlerweile seit zwei Minuten. Ja gut. Das ist ja noch ein Audi-Fahrer. Boah, das frustert mich jetzt aber ziemlich, ey. Nix. Das Update kommt in vier Tagen, sieben Stunden, vierzehn Minuten und eine Sekunde. War geil, gell? Sehr gut. Scheiß auf die Abkürze. Ist geil. Okay. Wir sind ja noch super hin. Wie man kurz gesehen hat. Was? Das kleine Mütigkeit verbreiten hier. Ja. Ja. Ululululu. Schon besser. Na ja, der Ursprung liegt ja eigentlich in Resident Evil 5. Ja, aber wo du dann eine Beile verdänt hast du erst bei jedem Einzelnen gebracht hast, ey. War lustig. War durch zumindest. Muss ich auch noch rennen, dann fällt mir gerade auf. Das ist ja schon für den Grundkurs mehr, das ist ja fast ein Ausdauer-Rennen. Ja. Gibt's das nicht auch in irgendein Need for Speed-Teil? Doch in Underground, du haben zwei die URL-Rennen. Die waren nur hart. Das ist wirklich ausdauernd. Du haben da zwei Bilder im Dings. In Whatsapp. Will ich mal ein Nacktfotter von ihm geschickt? Nee. Will ich es nicht angucken. Ich bin gerade im Rennen nicht gucken, wenn ich da einen Moment habe. Das ist schon ein 2 von 4. Ja, ich bin schon bei 4 Minuten im Rennen. Kann das Rennen sich ja mal so 8 Minuten dauern im insgesamt. Oder 9. Ist ja nur der halbe Part, aber okay. Sack, ja das war super. Sack, ja das war super. Ob das die anderen fahren, diese Hongos? Ja. Brauche ich mir keine Gedanken. Und es gibt noch einen Bug bei The Forest. Weißt du welchen? Weißt du nicht. Dass wenn du eine neue wählst, rechts die gesamte Seite fehlt. Wie rechts die gesamte Seite? Na, rechts die gesamte Seite. Von deinem Inventar. Na gut, das ist aber bekannt. Das habe ich auch für eine Aufnahme gesagt. Ich hatte letztens den Bug, dass ich halt meine Sachen nicht zu Ende bauen konnte. Ich hatte alles aufgebaut. Also alle Materialien abgesetzt. Und da hat die Bauchleine von ihnen fertig gemacht. Ja. Und obwohl es fertig war, galt es dann trotzdem noch als, äh, in Anführungszeichen Bauchstelle. Na ja. War echt total uncool. Ja. Das müssen wir spielen halt klar. Auch wenn die fahren wie im Mongos, die wollen aber ganz schön Autos. Ich weh, das sind die zwei Audis, ey. Ja. Also wie war das mit Bäumen wachsen, schnell nach. Mein ganzer Wald zählt. Ja, ich weiß das. Wobei, das ist immer unterschiedlich. Also je nachdem wo du gerade bist, wachsen die Dinger irgendwie unterschiedlich kleiner. Hab ich so das Gefühl. Das war das eine, war bei mir im Bug. Immer wenn ich geladen habe, waren die Bäume alle wieder da. Oh mein Gott. Das ist doch praktisch. Wir sind ja durchgehend weg, ey. Ich kann hier ein dortgehend speichern und die nächsten Tage warten, bis sie wieder da sind. Und wenn wir dann, dann kommen sie immer noch nicht. Ich hab noch nicht genug, äh, lang genug studiert, um zu wissen. Ich muss mal Lea fragen. Dafür müssen wir erst Abi haben, dann. Ja. Du brauchst Nabi-Abschlüsse, damit deine Bäume nachwachsen. Du musst studiert haben, damit ihr innerhalb von einem Tag nachwachsen. Oh nein, du wächst Kamera. Boah, Alter, wirst du nicht so ein Käffler. Boah. Da ist mein Abflug. Boah. Dann nervt mich denn da, weißt du. Das sind jetzt vier lange Runden, ja. Und jetzt musst du Nerven kommen. Verpiss dich mal nach hinten jetzt. Weil ich das Rennen jetzt hier verlieren, weil ich richtig habe. So, und den Bug weiter nutzen. Hehehe. Ey, das Rennen geht jetzt mittlerweile schon acht Minuten. Das ist eines der längsten Rennen, die wir jetzt jetzt gefahren haben. Das war geil. Ich will ein Hausboot haben. Das ist der Rundkurs. Vier Runden. Na klar. Mal her damit. Sphel. Băiştim. Oh, ich fahr gegen Patrick. Hallo Patrick, du bist verloren. Boah, das ist jetzt mal ein langes Rennen. Da haben wir jetzt alle Rundkurse abgeschlossen. Oh Gott sei Dank. So, noch vier Rennen und eine Verfolgung, wie üblich. Fangen wir mal hier einfach an. Ah, sie sind wieder da! Keine Geräusche geworden! Okay. Es ist gerade Eis, der hat mir vorbeigerannt. Oh Mann. Besser, dass du da vorgeschlagen hast, ne? Oh, er hat so fackt. Oh, er hat so fackt, ey. Ja, hört mal. Vier Markstellen haben wir vor uns. So, Muschi hab ich tot. Du sagst, die männlichen Viecher gehen schon besser als die männlichen. Echt? Ja. Die männlichen sind ein bisschen stärker, ja, hab ich das Gefühl. Ich hab mich wirklich darauf gefallen. Oh mein Gott! Was? Da, ähm, da wo die um mich herum gerannt sind, gell? Mhm. Ähm, 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 wenn ich mir gerade vorstelle, dass ich da immer noch stehen werde, der Typ, der würde gerade die ganze Zeit um mich herum rennen. Oh Mann. Mit einer Taschlampe und dem zweiten Kopf überm Kopf. Hammer, geil, der rennt gerade nur im Kreis. So, komm. Ja. Das ist ein anderes Kopf, denn. Ja. Das ist ein anderes Kopf, denn. Ja. Komm, scheiß Taxi, du. Ah. Hammer, geil, ich will dich hier gerade an den Entbeinen gehen, da kommen gerade eiskalt Steine und Münzen sogar noch raus. Was, was machst du mit den Beinen? Ich, ich schlag das auf den Boden, ich hab hier gerade zwei Steine rausbekommen und, äh, zweimal Münzen. Okay. Hammer, geil. Aber so kleine, äh, kleine Steine zu werfen. Ja, ja, ich weiß. Okay, ich werf die Viecher dann ab. Ja, ich hab mal einen Steinen in den Kopf geworfen. Geh mir das Bein her, ich mach da jetzt an meinem Lager, mach da so eine Steinfabriegel. Lass mal Steine fahren. Lass mein Bein bisschen schütteln, dass überhaupt was rauskommt. Auch geil, dass du das länger, äh, länger draufhauen musst, dass überhaupt was rauskommt. So. Oh. Snacken wir jetzt mal alles. Hahaha, das ist so geil, ey. Fett. Da kommen aus dem ein Bein ernsthaften Münzen raus, ey. Hat der irgendwie Münzen in sein Bein versteckt oder so? Ja, klar. Muskrebs. Hä? Da kommt sich ein Bein. So, da kommt schon wieder Münzen raus. Ah, ne Korra. Ja. 1191 Zeitbonus, geht besser. Ja. Ah, da sind mir grad übel zu viele Steine rumliegen, ey. Ich wünsche auch für mich. Wir gehen ja gefahren. Super. 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 Screenshot! Mein Selfie mit dem Stein. Ja. Und ne Beine. Das ist so geil, das ist überhaupt zu erfahren, dass es sogar Münzen rauskommen können. Ich glaub, die nächste Aufnahme von der Frage ist, du setzt dich zu vorschusszwecken ein und wachst zu erforschen. Ach. Welche Ideen? Mach ich so viel sünderose Kacke, einfach nur um zu sehen, aha, aha, das passiert dann. Aber, ich werde mich auf auf frischem Flutzeug machen. Trotz kommt wieder mal eine akzeptablen Zeit her. Und noch mehr. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich auch den Herausforderungsmodus mach. Die fischen da hinten grad. Das ist schön. Oh, okay. Ich will das die ganze Zeit in der Nähe von mir fischen. Ja, die machen das immer bei dir in der Nähe. Ich überlege trotzdem, ob ich den Ausfahrensmodus mach. Ich seh mich nicht. Ich hab hier ganz in der Nähe von See. Erstmal verlinkt. Super. Mitten im Lager von denen. Da kannst du mal wissen, wo du, äh, wo du meinst, ne? Das stellst du mir zumindest verhältlich vor. Kann mir zumindest vorstellen, wo du da bist. Ja, ich lauf grad wieder Richtung Flugzeug. Und da schreit ich vor allem weiter rechts, weil ich bis, äh, vom Strand weg, ne? Dass sie mich nicht gleich sehen. Äh, hab ich grad eine See gefunden. Und genau da hinten, weil ich da grad irgendwas hessisches gehört hab, hab ich da ein paar Häuser von denen gesehen. Okay. Ja, das Problem, das, äh, kaprisikum auf maximal ist, äh. Jawohl.